Jo Leute was geht ab und willkommen zu einer Runde Survival Games heute auf der Map Far Away und ja wir sehen uns gleich nach dem Intro, Raffo sitzt auch noch nebenher, ciao! So weiter geht's und ähm... Jo! Jo, 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 Jo da rauf am Start So, ja, äh, ich bin grad richtig aggressiv hier in Minecraft Weil ich werde hier zur Zeit getargetet, das ist nicht schön, das ist nicht schön So, jetzt hab ich ne Waffe, jetzt seid ihr alle am Arsch Komplette Rüstung Kann ich mal mal sprinten? Was siehst du für scheiße, Herr Mann? Ja, keine Ahnung So, ich geh jetzt rasiert Was packt's jetzt? Ey, 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 ey Ja, ihr wisst schon, warum ich aggressiv bin auf den Scheiß-Server hier Ganz halt wird mal getargetet Und das ist jetzt mein erster Opfer Komm her, du Opfer! Ja, ja, flüchten, ah ja Pussy Was geht bei dir? Wie Kill Aura rum Was geht bei dir? Ah, scheiß auf dich! Geh mal halt auf den! Was, was geht bei dir? Komm, ah ja Mach mal jetzt hier die Kritik, let's see Angekommen, wo Angel? Ja, das ist ich hasse angekommen, wo da verkacke ich meistens Ja So, jetzt hier, komm Eisenbus Zieh doch mal die Schuhe um Ich hab dich schon gesehen Komm her, Junge Klatsch dich Hat eine schöne Eisenbrust Aber keine Waffe Ist mir scheißegal, was der hat Eine an der Waffel, der mehr kommt da nicht weiter Oh Boots Er hat eine Waffe Sogar eine andere Waffe Er hat sogar zwei Eisen Du bist wohl Leuren und ein Eisenschwert Ja, ja Ich sag ja jetzt, ich bin richtig Akku hier auf dem So, war ja, das ist Ist zum Kotzen aller Ein Kuchen noch Trecker wäre auch noch gut So, jetzt geht's In Attacke Modus Deinem Haus ist das nächste Opfer Komm her, Opfer Halt's Maul draußen Komm her Ja, der hat gut gekämpft, aber leider zu schlecht Denk mal, der hat den Rätzt geschlachtet per Fallschaden Nee, dann wäre er raus Da draußen ist jemand Der draußen aus dem Dorf Aus dem Hüsli Draußen bin ich frei Die fühlen mich frei besser als gefangen Ist einfach so Äh, zwei Tintöer Gut Kann man nehmen, kann man nehmen Sah jetzt aber Ähm, ich glaub Ja gut Muss ich mal schauen aufs Mischpult Wie es aussieht mit meiner Mit meiner Stimme Jetzt gammelt da schon wieder einer drin Was gammeln denn die hier überall? Meine Fresse, ey Die haben halt Angst vor dir, weißt 60 Sekunden schon Deathmatch? Ah, der räum ja hier davor schon auf Speedrunde hier Komm, komm her Äh, wo seid ihr? Hast du ne gute, hast du ne gute Ausrüstung? Hast du das? Hast du das nicht mehr? Scheiß auf den Deal Der hat ein Schattenes 1 Eisenschwert Echt? Mhm Auch gut Sag ihr doch Aber noch richtig raten kann der Raffo Äh, nächster Gegner, scheißegal Komm, Alter, Finale Ah, der Boss hat aufgeräumt Wo gammelt denn der? Hallo? Komm, Alter, willst du in die Mitte rennen? Willst du in die Mitte rennen? Was wird das hier, mein Freund? Was wird das? Was wird das? Vegan G G Du veganer Typ, ey Ja, kann eh doch nix dafür, wenn ich so viel Kartoffeln hab, ey Äh, ja, gut Äh, wie viel haben wir denn? Ich würd sagen, neuer Rekord Ne, ich hab kürzeren Ja, Leute Äh, ich würd sagen, das war jetzt hier eine schöne Runde, schön viel Action hier Aber ne Noch ne Runde QuickSG Runde QuickSG, was hab ich da gehört? Was hab ich denn da gehört? Hä? Was hab ich denn da gehört? Okay, jetzt gehen wir hier nochmal schnell abscheißen, weil bei mir keine Kiste ist Oh doch Aber das sind ganz viele Menschen Oh nein, das kann witzig werden Das kann witzig werden Okay, dann machen wir hier noch schnell ne Runde QuickSG hier Unrasiert Da kommen wir Da kommen wir Ich tue da bauen Pink dabei DT 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 Abhauen so wirst du voll junge wir müssen ja auf jeden fall aufpassen ich denke jetzt nur noch ein stein stört ist heute hatte ich halt immer die sachen es ist kann hier was so wenig schaden es macht man schon schaden ja gut was willst du klar ist der voll knapper scheiß hier rosa anziehen rosen auswählen tnt auswählen essen auswählen alles auswählen ja gut ich hätte die stadt wohl jemand übersehen jetzt erstmal alles was ich nicht braucht kommt hoch das darunter pfeile ja gut dass ich sehe wie viel pfeil ich habe ich auch immer günstig nett das probleme ich habe nur ein scheiß holzschwert und des wechseln holzschwert noch aus gegen ein gesundes scheiß bagger ohne scheiß frisse voll mit einem goldäpfel ich werde zwischen ein teams kann kann das nicht sein feile immer schön einsammeln könnten die mal feiten was schauen die alle mich so an ey das ging ja du bist der beste kripte ja komm mal nein bin ich gar nicht schon ich und der sei gleich gut er hat ein steinschwert ja und aber du hast mit ihr wo es war das macht nicht viel aus oder ja 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 ich habe jetzt auch voll gehen gg ich kann scrolltasche geht nicht muss ich muss regen reggen reggen danke sehr scheiß drauf gg gg das war nice gespielt beide mit unterstrich ok ja leute ich jetzt sagen das war dann ja eine runde auf dem gomme hd punkt der zu aber survival games ein bisschen quick es gehen bisschen lang es gehe beides kurze runden habe keinen bock mehr auf minecraft mal wieder ok ja aber wenn man davor erstmal getag gettet wurde dann regt es schon ein bisschen auf also ich ja wir sehen uns morgen in der nächsten runde irgendwas keine ahnung was ich mache lasst eure überraschen also bis morgen